Das ist ganz schön fein, ein Clown zu sein. Juhu! Antragstag! Frischluft, Kunst im Freien, Förderungsantrag. 80.000 Euro! 80.000 Euro! 80.000 Euro! 80.000 Euro! 80.000 Euro! 80.000 Euro! Frage 1. Geschlecht. Männlich. 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 Weiblich. Männlich. 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 Klauen. Zweite Frage. Rechtsform. Kleinste, kleine, mittlere oder große Gesellschaft? Große Gesellschaft! Ne? Ist ja Corona. Hm. Rechtsform. Rechtsform. Hopp! Rechtsform. 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 Was ist denn das? Aha. Gut. Sie verbinden mich zur Rechtsabteilung. Okay. Ja, hallo? Bin ich da in der Rechtsabteilung? Super. Ich suche die Rechtsform. Aber rechts finde ich nichts. Ich habe jetzt auch schon links geschaut. Weil rechts finde ich definitiv nichts. Aha. Okay. Okay. Im Paragraf 175 PHLFNNO ist definiert, was seine Rechtsform ist. Okay. Und wo finde ich... Aufgelegt. Ich unterstreiche es mal. Ich unterstreiche es mal. Und... Bip, 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 pf! Oh. Ähm. Vögel. Zwiegriffe sind Vögel. Und Frischluft? Eichhörnchen. Und meine Mama lade ich ein. Und vielleicht bringt dir ja noch jemand mit. Hm. Hm. Ich schreibe plus zwei. Hm. 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 Ähm. Wodurch trägt ihr Vorhaben dazu bei, dass zeitgenössische Kunst in der Gesellschaft nachhaltig verankert wird? Hm. 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 Wodurch trägt ihr Vorhaben dazu bei, dass zeitgenössische Kunst in der Gesellschaft nachhaltig verankert wird? Want to bemiriken? Oh. 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 Ankermanöver. Oh. Oh. Ich klebe ihn mal ein. Zurück. Zur Rechtsform. Zurück. 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 Frischluft. Ähm, Paragraf 175 P H L N F O. Wo finde ich dann den? Ähm, okay. Also, im Anhang. Äh, könnten Sie mir das vielleicht bitte buchstabieren? Ähm. 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 Äh. Äh. Moment. Äh. Äh. wie Apfelbaum. Welche Äpfel denn? Die roten oder die grünen? Und wo steht denn der Apfelbaum? Steht der im Garten oder auf der Obstwiese? Wo? Ja, okay. Ja, Entschuldigung. Ähm, En, En wie? Nordpol. En wie Nordpol. Da wohnen Pinguine. Pinguine. Ich schreibe die noch dazu, zu der Zielgruppe. Moment. Hunde. Oh, ja. Kennen Sie den? Hustige Hunde hassen hinter hultigen Hasen hinterher. Hurtige Hasen, Hasen, hinter hurtigen Hunden hinterher, nee, Hunde, Hasen, hinter hasigen, hinter, hasige Hände, oh, hantigen Hunde, nee, hundige Hasen, hinter hurtige Hasen, oh, hattige Hände, oh, hallo? Nein. Aufgelegt. Ja, hallo, ähm, könnten Sie mir vielleicht den Alarm zu Ende buchstabieren? Ja, A, wie Apfelbaut, und N, wie Nahtbohr, G, 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 wie Gürtel. Ah, und könnte ich Sie dann noch bitte fragen, wegen dem Abtretungsverbot? Ich verstehe das nicht, mit dem Abtretungsverbot, können Sie mir bitte, ich glaube, Sie können mir bitte mit der Gewahrung helfen. Und wenn ich dann die Einstellung mit der Verforderung, ich verstehe das nicht, können Sie mir bitte helfen? Bitte, wenn ich da hinschreibe, mit den Pinguinen, nein, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ein Clown zu seinem Alter, wird zuerst ganz schön fein, nein, Clowns-Zeit. Das Aufreißen meiner Packung wird zur Tagesaufgabe Stolpern und hinfallen zur Regelmäßigkeit Wiederaufstehen ist toll, aber manchmal auch Schmerz auf die Beule bleibt Und wird zum neuen Schwenken Lustig bin ich nicht immer, das Gegenteil ist oft der Fall Aber Gefühle erwiegen viel Und ich hab's schon erkannt, mit Lachen komm ich am ehesten an mein Ziel Ein Clown, eine Malte, ganz schön fein, ein Clown zu sein Das ist ganz schön fein, ein Clown zu sein Yee hee Mmh Ja Bis zum nächsten Mal.